Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Arise und mit dem Rahmen von der letzten Folge sind wir hier wieder zurück in diese kleine Stadt hier und haben noch einen kleinen Dorf am Rande der wir gestrandet sind und hier haben wir noch ein paar Nebenmessern bekommen die ich jetzt angehen werden immer vertrick ich mich Christ ist gleich hier Mal ob wir dem Vieh gewachsen sind Tomato Wir brauchen die XP Schöhn zerlegt Nein, Schion ist fast Level 6,37 Zitrone Gute Frage Okay Okay Well, if you're up for being the decoy No, thanks, let's turn back Ah, es könnte knappen. Wo, 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 was geht nicht hier ab. Wo, 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 wo Das war's. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ah stimmt da können wir gerade gar nicht hin und hier können wir auch nicht hin wir können ja hat da nicht aber vielleicht wenn wir jetzt mit hauptperson weitermachen okay Oh, es hätte ein Mahlstrom gelandet. 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 All we ever did in those days was stir up trouble. You're using those skills for a good cause now. It's not all bad. I suppose this is what people mean when they say that every cloud has its silver lining. Exactly. He's using those sword skills to make the world better. Could be a lot worse. True enough. I will stop worrying about mentioning it then. Na dann. Hm. Es gibt nicht mehr allzu viel Leben. Aber hier waren wir ja. Doch war man da noch nicht. Oh. Something feels odd here. Be on your guard. No wonder we couldn't manage to find them. They've been holed up here all this time, hiding. The remnants of Vol'ron's forces. You think they were planning an ambush on Peligian? Possibly. Then again, knowing how blind their devotion is, maybe they were just waiting. Waiting? For Vol'ron, you mean? Even though we already defeated him? But, yes, I suppose you're right. For these guys, that would just be a technicality. They act more like worshipers than subjects. They're probably still in denial that he was overthrown in the first place. Either that, or they were biding their time until the next crown contest. Either way, their allegiance is to their lord. Who they're convinced and expectant will return. So in the meantime, they wait patiently in preparation for the day that he finally does. That's way more than just loyalty. It's no less than total subjugation. Klingt traurig, wenn man sich das so anhört. Hm-hm-hm. Hm. Hm. Ich gehe nochmal zurück, weil ich gehe mal ins Lagerfeuer. Weil mit so wenig... Ähm, erst mal einkaufen. Oh, das können wir jetzt craften. Wie hat das hier schon... Oh. 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 Du kannst niemals zu viel vorbereiten, aber wir mussten... Das ist wirklich Hammer. Shame it all sounds so rich Wie viel von den können wir hier noch machen Noch fünfmal Sparen wir uns doch auf Was ist falsch? Du siehst ziemlich gut Was ist auf dein Geist? Ja, du kannst das sagen Es ist einfach... Es ist einfach... Es ist etwas, was mir vor einem langen, langen Zeit Kannst du es mit dir erzählen? Natürlich nicht Ich bin froh, dass du es hörst Siehst du... Meine Mutter und Vater sagten mir, dass ich nicht gehen um die Magik zu machen Aber es gab eine Zeit, ich habe hinter ihren Händen Und wenn ich das Almeidria kam Ich... Ich... Ich liebe Almeidria für das, was ich liebte Aber... was ich mich für mich für meine Eltern Ich habe meine Eltern Ich habe meine Eltern Die Eltern wussten immer, dass etwas wie das passieren könnte. Was bedeutet das? Es gab immer eine Chance, dass irgendjemand dich und deine Familie finden. Aber selbst zu wissen die Risiken, sie dir immer noch magische. Es gibt zwei Gründe, die ich für das gedacht habe. Erstens, dein Talent. Zweitens, sie haben ihre Betten gebetet. Huh? Auf was? Auf dich, Rinwel. Auf wie du wachst, wenn du aufgewachsen bist. Natürlich, lernen magische kann aufzuhören, aber es wäre sogar noch gefährlich, zu leben, ohne sich zu retten zu retten. Sie wussten, was sie sich in, wenn sie dir magische. Und ich glaube, dass sie das gemacht haben, weil sie dich lieben. Weil... Weil meine Mutter und Vater mich lieben. Entschuldigung. Ich weiß, ich sollte nicht sagen, was in deine Eltern. Nein, das ist okay. Ich denke, dass ich besser wäre, wenn ich nie wusste, wie zu benutzen magische. Und wenn ich mich wirklich ehrlich bin, manchmal denke ich immer so. Aber nachdem ich mit euch mit allen, habe ich gelernt, dass es gibt Dinge, die ich mit magisch machen kann. Dass es ein Punkt ist. Ich will es nachher machen. Ich will es nachher versuchen. Ich werde es versuchen und es akzeptieren, als Teil von dem ich bin. Ich will es nutzen, um meine Freunde zu beschreiben. Um das Zukunft der Dana zu beschreiben. Du... Du denkst, dass das von mir selbst selbstständig ist? Nicht überhaupt. Ich würde es nicht mit dir mit dir, Rinwel. Nacht, alle. Nacht, alle. Nacht, alle. Nacht, alle. Ich will zurück zum Bett. Also wenn ich vom Charakter her alles so angucke, dann sehe ich bei ihr doch noch die meisten Überschneidungen, würde ich nicht sagen. Aber... Ja... Kann man als Überschneidung bezeichnen. Dieses Ort ist eher glössig. Warum nicht du die Mood für uns, während wir hier sind? He... Ich werde sehen, was ich tun kann. So... Entlassen wir diese Folge mit einem Kampf enden. Zfund! Zfund! Zendungen! Du schweig! Du kommst hier, der Nacht? Zendungen! Du schweig! Bearst὜! Zendungen! 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 Nachbar! Zendungen! Zendungen! Das brainwärten! Zendungen! der liegt aber schön Alle sind da drin? Vielleicht. Sie glaubte, dass es eine gute Möglichkeit gibt, dass die Renes Alma sie von ihren Thornen zu retten. Man würde denken, dass sie nach dem Renes Alma verlieren würde, dass sie eher unbegründet ist. Aber sie ist nicht. Warum? Es ist auch das Thema der Macht, die sie auszunehmen hat. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Sie wusste nicht, dass sie die Macht des Maiden zu retten. Die Wahrheit ist nicht zu retten, dass sie tiefen Verbindungen mit den Erwachsenen, die sich um uns herumzuhren. Sie erinnern, als ihre Thornen in den Kastel Delpharis ging. Ich habe nie gesehen, dass sie die Erwachsenen auszunehmen, in so einer Weise. Ich dachte, dass alle Renen haben die Erwachsenen auszunehmen. Genau. Aber was Shion hat sich gezeigt, war weit über was jeder Einwachsener von einem normalen Bewohner zu haben. Hm. Ich bin klar. Ich habe keine Angst auf Shion, oder ihren Motiven. Nichtsdestotrotz kann ich das Gefühl, dass es mehr zu allem ist, als was wir aktuell wissen. Entsprechst du? Wenn ihr euch gefallen habt, wisst ihr ja liken, subscriben zu deiner Ministerin. Auch nichts, wie ich es gesagt habe, die Notation beaktivieren. Und das Youtube, was ihr mehr von uns sehen wollt. Sollt ihr euch Youtube nicht benachrichtigen, was dann wohl es abgeht, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, den ihr Followern drücken könnt und auf alle Vize-Zeigen einstellen könnt. Und ihr hört sich bis zur nächsten Folge. Ciao!